Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit unserem Goldbarren, dem Lexus. Ihr habt euch gewünscht, dass wir das Ding im richtig geilen JDM Style umbauen und genau das fangen wir heute an. Welche Gadgets brauchen wir, damit das ganze JDM mäßig nach vorne geht? Punkt Nummer eins. Darf auf gar keinen Fall fehlen. Die sogenannten Lacknuts, das heißt das sind Radmuttern, die stehen so richtig rennsportmäßig aus der Felge dann raus. Die dürfen natürlich nicht fehlen und natürlich in Titanfarben angelaufen. Und dann geht es weiter. Paket von HG Motorsport, vielen Dank. Die 100er Endrohre, Titan auch angelaufen. Also ich feiere es jetzt schon. Früher hätte ich sowas niemals gebaut. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, seitdem wir dieses Auto haben, bin gespannt. Also lasst euch überraschen. Am Ende des Videos wird das Auto auf jeden Fall nochmal ganz anders aussehen. So, die beiden fetten Dinger kommen da hinten dran. HG Motorsport, vielen, vielen Dank hierfür, weil ich hatte mich da mal daran erinnert, dass es bei denen nämlich die Auspuffanlagen mit solchen Endrohren bis heute gibt und deswegen direkt angeschrieben und zack, zwei Endrohre da. Weiter geht's im Text, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist natürlich eine fette Lippe auf der Heckklappe hinten. So, einfach eBay, billigstes Zeug, 80 Euro, fühlt sich sogar wohl an. Passt allerdings ganz gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Auf jeden Fall, den müssen wir natürlich lackieren lassen und dann kommt er drauf. Weiter geht's vorne. Die Kiste muss einfach noch tiefer aussehen. Da gibt's tatsächlich bei eBay für 100 Euro diese Lippe. Wirklich, billigstes Plastik, aber ganz geil, weil die kann immerhin nicht so schnell kaputt gehen, weil die ist schön flexibel. Die lackieren wir nicht, sondern die kommt nur so unter die Stoßstange. Und ich glaube, dass wir damit, man sieht es schon an der Form hier leicht, dieses Loch, was jetzt gerade in der Stoßstange in der Mitte ist, so richtig schön gerade hinbekommen. Oh, aber das ist lange noch nicht alles. Weiter geht's. Jetzt kommen wir zum negativen Teil. Ich habe mich maßlos aufgeregt heute Morgen. Und zwar, es ist tatsächlich gar nicht so einfach für ein Lexus Teile zu kriegen. Ich wollte die Heckklappe original lassen, die dran ist. Hab mich gefreut, hab für 100 Euro eine neue Heckklappe bekommen, eine andere. Sehe, ihr GLS-Paket ist unterwegs. Kommt aus Litauen. DPD, sorry, DPD. Kommt aus Litauen. Ich die Heckklappe ausgepackt, zieht euch das rein. War so dermaßen schlecht eingepackt, dass sie konnte nur kaputt gehen. Und zwischen Litauen und Langenhagen ist sie ganz dezent da einmal draufgefallen. Wenn das noch nicht alles wäre, ist sie nochmal ganz dezent da draufgefallen. Guckt euch die Welle hier an. Dann ist sie ganz dezent da draufgefallen. Dann ist sie ganz dezent da draufgefallen. Und am Ende, weil das ja noch nicht reicht, ist sie natürlich auf der anderen Seite auch noch entgegengefallen. Also der Paketfahrer muss die einfach quer durchs Auto geschmissen haben. Aber warum das Ganze? Wir standen am Wörthersee vor diesem Auto und hatten irgendwie die Idee, wir müssen diese Löcher jetzt so clean. Hier ist nur die Nebelschlussläufe, glaube ich, drin. Die zu clean. Und schon sieht das Heck ganz anders aus. Zack, Maxi auf dem Rückweg noch kurz ein Fake fertig gemacht. Photoshop. Wir fanden es geil. Ich will es testen. Ein bisschen eigener Stil in das Auto reinbringen. Darum geht es ja beim Tuning. Normalerweise würden wir es bei jedem anderen Auto original lassen. Aber bei dem Auto wollen wir einfach mal eine... Wir wollen einfach aus diesem Lexus das für uns geilstmögliche Auto machen, was geht. Und genau deswegen müssen die Löcher dazu. Jetzt kann ich euch auch nochmal kurz in den Spoiler ranhalten. Dann sieht er nämlich mal wieder aus. So. Zack. Rennwagen. Da war ich dazu nur. Also eigentlich wollte ich jetzt mit der Heckklappe zu Christian für mal Lackwelt nach Oechsleben fahren. Wenn ich denen diese Heckklappe auf den Tisch lege, weiß ich, wird er einfach nur meine Nummer löschen und würde sagen, Philipp melde dich nie wieder. Weil er würde sagen, ja natürlich kriegen wir die Heckklappe wieder gerichtet. Aber ich weiß, wie viele Stunden reingehen, bis die Heckklappe wieder gut ist. Genau deswegen bringen wir einfach nur das Auto hin. Und ich bitte ihn einfach, dass er dann doch die original Heckklappe cleant und lackiert. Den soll er auch gleich mit lackieren. Und danach bauen wir alles an. Los geht's. So. Heute drehen Christian und ich mal ein zusammen Video. Weil Philipp hat keine Zeit aufgrund der Messe. Hallo. Guten Tag. Es war. Hi. Grüßt euch. Na, schön, dass ihr da seid. Ja. Der Warn ist im Messetrim. Die Jungs von der Lackwelt haben wieder was gezaubert. Sollte ja eigentlich nur die Heckklappe werden und die Heckklappe. Aber er ist ein bisschen mehr geworden, ne? Ist jetzt nicht nur bei der Klappe geblieben und bei der Schürze. Ne, wie man sieht, ist es eigentlich wieder fast eine Komplettlackierung geworden. Dank Lars, der wieder sehr euphorisch an die Sache herangegangen ist, haben wir dann beschlossen, halt fast alles zu lackieren. Außer das Dach ist eigentlich jetzt alles lackiert. Und die Leisten. Genau. Leisten, Spiegel. Ja. Genau. Warte mal, holt ihr mich mal ganz kurz ab? Türen, alles lackiert? Ja. Ja. Also die Heckklappe haben wir gecleant, so wie wir das eigentlich schon immer gedacht hatten, haben wir das jetzt auch umgesetzt. Karosseriebau hat alles gegeben, Lackierer hat alles gegeben, also Ergebnis passt. Lass uns das mal, lass mal kurz die Heckklappe anschauen. Du würdest halt sagen, was findet ihr besser, so oder vorher? Also ich finde es so besser. Man kennt das Auto ja mit diesen Leuchten in der Heckklappe, aber jetzt ist es halt ein Auto, was man wiedererkennt. Definitiv. Also ich persönlich würde noch Lexus-Logo dran machen. Ne, aber brutal. Wie gesagt, wann haben wir das Auto angeliefert? Donnerstag? Donnerstag vor mir, ja. Und da war eigentlich nur besprochen, kleine Ausbesserungsarbeiten, sagen wir mal so, aber die Jungs sind wieder so freigedreht. Ja, ist aber auch nicht der letzte Stand jetzt hier an dem Fahrzeug. Genau. Das Video ist noch nicht vorbei, würde ich sagen. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter, aber wir müssen das hier nochmal kurz genießen. Zwei, drei kleine Upgrades. Ich muss nochmal von der Seite drauf schauen. Also die Perspektive nimmt mich richtig mit mittlerweile. Genau so. Ja, geil. Mega geil. Gute Sache. Regnet es hier zu doll oder was? Mega. Also, den Barren seht ihr auf der Messe mit noch ein, zwei, drei Upgrades. Ich glaube, das kommt jetzt ja noch im Anschluss. Ja, das Video kommt aber erst nach der Messe. Okay. Ihr seht das Auto trotzdem auf der Messe? Wird auf der Messe aber schon andere Upgrades haben. Genau. Die wir jetzt gleich im Video noch sehen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal an die nächsten Upgrades, oder Jonathan? Yes. Alles klar. Also ich muss immer wieder sagen, Christian, Firma Lackwelt nicht überzeugt, sind wir wieder vorgefühlt. Weiß ich nicht, wie lange ist es her? Eine Woche. Waren ja noch zwei Lampen. Jetzt ist es lackiert. Das ist schon. Das ist gut. Stoßstange lackiert, Motorhaube lackiert. Jetzt steht das Ding wirklich sah nicht da. Ja, wir haben uns schnell bei Florian und Otti mal kurz in die Halle eingemietet hier. Eigentlich läuft immer wieder Messe nebenbei. Und ganz, ganz ohne Stress. Genau. Und deswegen gibt es hier jetzt auch die letzten Upgrades, damit das Ding dann auch passend auf der Messe steht. Kurze Zusammenfassung ist, Endrohre, haben wir jetzt vorher gesprochen. Sind schon dran. Können wir jetzt schön einstellen hier. Ja. Gute Sache. Bin mir noch nicht sicher, wie weit sie rausgucken müssen. Ja. Aber Look passt schon mal. Ich finde es irgendwie geil. Passt irgendwie für ein Auto. Motorsport. Und dann haben wir tatsächlich schon unsere Schrauben getauscht. Ist einfach ein Stehbolzen hinter. Haben wir jetzt auch nicht gefühlt. Die sind ehrlich gesagt zu kurz. Ich dachte ja, die stehen so bis hier. Bis wohin? Zeig mal von der Seite. So, eher so bis hier hätte ich sie gerne gehabt. Ja, okay, verstehe. So. Hier haben wir mal wieder Mike. Kleb und ich, kennt ihr ja schon. Hallo. Das heißt, jetzt muss irgendwas geklebt werden. Aber in erster Linie verzweifelst du ja erstmal dieser Lippe hier, ne? Ich passe da gerade an, damit diese Form passt überhaupt. Aber, äh, also der Preis passt also zur Qualität auf jeden Fall. Ja. Okay, also die waren noch nicht dran vorher. Die hast du jetzt extra gekauft? Genau, 80 Euro. Ebay. Okay. Wenn du eine JDM eingibst, findest du eine Lippe? Lange überlegt, ob ich sie lackieren lasse oder nicht. Erstmal nicht lackieren lassen, weil ich sie in schwarz ganz cool finde und ich schon die Befürchtung hatte, dass sie so gar nicht passt. Das Problem ist, das ist jetzt auch nicht so eine Lippe, die man irgendwie ranklipst und festschraubt, sondern die ist halt wirklich blank ohne alles, ne? Und da ist dann eben so mal dran und das passt. Sondern die ganze Form passt gar nicht. Aber meinst du, wir kriegen die bis zur Messe dann noch dran? Nö. Auch notlos. Ähm. Wir müssen heute noch hin, oder? Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Na klar. Ja, muss nicht. Ich finde das Auto auch ohne cool. Was hat Juni eigentlich zur Hölklappe gesagt? Ich war leider vorhin nicht mit dabei. Juni fand es auch sehr, sehr geil. War auch geil. War auch richtig überrascht. Maik, guck mal, die Lippe, die können wir eigentlich als erstes mal kleben. Weil die ist immerhin so positiv gut fürs gleiche Geld, dass wir hier tatsächlich direkt... Ja, die hatten wir vorhin nicht mehr drangehalten, weil es so geregnet hatte. Also, Endrohre finde ich auf jeden Fall schon mal geil. Ohne... Tjong. Zack, gut passt. Okay, da muss ich wirklich sagen, die wiederum passt so gut für den Ebay-Teil, ne? Dass man da wirklich schon wieder fast denken könnte, irgendwie original war. Aber jetzt, finde ich, sieht man noch mehr. Da muss leider das Lexus-Zeichen dran. Ja, finde ich persönlich auch. Dringend. Aber, oh, was die ausmacht. Ich bin begeistert. Ja, ist gleich ganz anders Auto, ne? Ne, aber Lexus-Zeichen muss dran. Maik, was kannst du uns empfehlen, um die anzukleben? Weil, ich weiß, es ist ein typisches Teil. Ich selber hätte es im Online-Shop verkauft, einfach mit doppelseitigem Klebe. Nein. Kennt man ja so die Lippen. Aber hält halt nicht, ne? Also, hält wahrscheinlich, wenn du 80 kmh fährst, aber nicht an so einem Auto. Nein, wir machen folgendes. Ich habe schon angefangen, mal zu schleifen, dass es angeraut ist. Dann reinigen wir das. Wir reinigen die Heckklappe. Und dann nehmen wir den Kraftkleber, unseren MS-9221. Den tragen wir hier auf, setzen die Lippe an, fixieren die. Ich weiß gar nicht, wie viel Klebebezeichnung wir mittlerweile schon gesagt haben. Kleberbezeichnung. Klebstoffbezeichnung. Kleber, Klebstoff. Klebstoffbezeichnung. Gefühlt jedes Mal ein anderer, der irgendwoher zaubert? Jein. Für die Anwendung ist jetzt Kraftkleber der bessere Klebstoff. Kraftkleber heißt 1K oder 2K? 1K, Primalus. Okay, also so ein bisschen wie, ich sag mal, wie so ein Korserie-Kleber, wenn man sowas anklebt. Für Spoiler-Ankleben ist das genau richtig. Dann mal ran das Ding hier, würde ich sagen. Müssen wir gleich von außen drauf drücken oder ist das ein Kleber, der selber anzieht? Ich drücke mir jetzt ein bisschen platt und dann mache ich meinen Spannungsfrei drauf. So, im Mittel kurz mal die Mitte aus. Boah, der passt, der Spoiler passt echt super. Hier ist das rausgekommen, dann probieren wir schon wieder weg. Hier ist auch ein ganz bisschen. Also, die Jungs haben den schon einmal so ein bisschen auf Kontur geschliffen, aber jetzt nicht irgendwie drei Stunden umgeschliffen. Nein, der ist gut, der ist gut. Das sieht doch optisch geil aus irgendwie. Wie lange braucht der jetzt zum Aushärten? Weil wir langsam fährst, von hier bis zur Messe. Bei einem Komponenten ist ja eigentlich immer ein bisschen länger, ne? Ja, wir haben aber recht, hohe Luftfeuchtigkeit heute und der härtet aus mit der Luftfeuchtigkeit, der Klebstoff. Und das heißt, so? Eine Durchhärtung, so wie er ist, eine dünne Naht, ich sage mal zwischen 6 und 12 Stunden. Bei der dünnen Naht. Durchhärtung, aber dass er fest dran ist und nicht mehr abfällt? Der fällt nicht ab. Alles gut. Und wenn wir in einer Stunde mit losfahren würden? Du hast noch einen Luftdrucker da hinten. Da ist doch nochmal ein Tape drauf. Wir machen dann, wenn du fährst, ein Tape drauf. Nein, nein, wir warten bis morgen früh. So viel Zeit haben wir ja. Aber jetzt mache ich die Reste noch weg, also die Stellen, die hier rauskommen und dann... So, okay, Mike, das heißt, du hast die Hoffnung mit der Lippe vorne noch nicht ganz aufgegangen gegeben. Das muss irgendwie funktionieren. Nee, muss nicht. Ich möchte, dass es funktioniert. Soll schon Sinn machen irgendwie. Wir haben jetzt geguckt, wenn die jetzt abgekühlt ist, in Form ist, wie sie gleich passt, wenn das alles weg ist, das ganze Klemmtang. Das heißt, du hast die erst einmal nur in Form gemacht, ein bisschen geföhnt, um die Spannung rauszunehmen. Und hast die Hoffnung, dass sie jetzt gleich so einigermaßen so bleibt, dass wir sie dann auch ankleben können. Genau, hier war Spannung drin in der Rundung, da stand hier ab, da habe ich die Spannung hier rausgenommen, habe sie fixiert, warm gemacht, schön. Dann stand sie hier noch ein bisschen ab, da habe ich kurz mal, ja, do it yourself gegen den Lager genommen und hier auch mit Klemmzangen, dass ich es mal ran drücke und die Spannung rausnehme. Ja, wir müssen euch das Ganze eh am Ende auf der Straße zeigen, beziehungsweise auf der Messe. So ein so ein Gadget liegt ja noch, mal gucken, vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit und Beschäftigung damit. Und wir machen das jetzt erstmal hier konzentriert fertig und dann geht es auch ein bisschen weiter für den Endspurt. Yes. Hallo, worauf habe ich mich hier eingelassen gerade? Oh, Tank ist leer. Echt jetzt? Wir sitzen im Auto auf den PSDs, Auto ist fertig geworden, das heißt, JDM-Paket ist am Start. Ja. Und jetzt geht es kurz raus auf die Showstrecke. Da ist es auch ein bisschen ruhiger, da können wir uns das euch zeigen. Und da können wir nämlich mal gepflegt einen poolen lassen. Ähm, aber sollte ich mich anschnellen, lieber? Nein, wir rollen doch jetzt erstmal hier nur durch die Messehalle. Das stimmt so nach Gummi in der Cover, Alter. Ja, wir haben schon. Wie meinst du das jetzt? Hallo Marius. Hallo. Je weniger Kurven wir fahren müssen, je schneller sind wir da. Ja, macht Sinn. Ach, das ist wieder so eine Weisheit aus dem Nähkästchen. Wer später bremst, ist länger schnell, jawohl. Auf jeden Fall krass, PSDs voll im Gange. Samstag gerade. Es ist wirklich voll, man darf immer nicht vergessen, dieses Außengelände ist riesig. Monster Truck Show, Showstrecke, Kartbahn, XSK, das geht gleich los. Und trotzdem sind die Hallen noch so gefüllt. Ist schon wirklich voll. Bitte machen Sie das jetzt hier. Schade, dass Pauls GT ja nicht läuft, weil ich weiß, der würde einfach komplett durchdrehen hier. Ja. Mit dieser Showstrecke, weil man muss einfach mal sagen, wie geil ist das, so eine Showstrecke zu haben. Und man wirklich halt einen brennen lassen können. Die Leute denken, wir fahren jetzt hier gerade mit dem 1000 PS Barren vor. Alter, wie geil. Das kann ich wieder gut sehen hier. Proste. Jakob. 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 Jakob, okay, da müssen wir gleich eigentlich nochmal schnell hin. Jakob hat auch einen hingelegt. Geiles Auto. E30 M3 mit S54 Turbo drin. 700 PS ungefähr. Gestartet. Kartanwärm ab. Ja, proste. Und jetzt checken wir richtig klar. Sie sind motiviert. Das heißt, die wollten, als Ranova Rana, ne? Weißt du, jeder normale Mensch hätte das Ding aufgeladen, wäre nach Hause gefahren, hätte es da gemacht. Ich finde auch wieder sympathisch, diese Sitzposition, die du eingenommen hast. Genau richtig. Diese Sitz. Ja, mehr ist nicht zu holen hier. Der steht auf 45 Grad. Ja, ich weiß nicht, wo kehrst du noch hinwollt. Ja, jetzt da wunderbar auf. Genau richtig. So, hier rechts können die Leute, hätte ich mal ein bisschen zugucken. Ja. Nein. es regnet auf jeden fall wieder ein bisschen hat eine seite beide seiten gedeutet nur die linke rechts war gar nicht ja also hier ist jetzt auf jeden fall potenzial für volleskalogen wir steigen einmal auf draht guckt raus die pelle ist runter aber für die zuschauer machen wir das immer lieb gerne ok kurz zum auto ich liebe das auto einfach mittlerweile schon es ist einfach so chillig es muss auf jeden fall die differenzial sperre rein damit wir ein bisschen links rechts fahren können aber sieht euch rein optik für mich mittlerweile rohre geil lippe geil und mike kleber und dicht für mich einfach immer wieder eine koryphäe er tatsächlich geschafft in paar stunden diese lippe ranz zu zirkeln ich zeige noch mal das auto kurz im ganz und dann würde ich sagen machst du es nicht übertragen wir üben noch ein bisschen dran alter gestern ging es gestern den ersten börner den wir gestern gemacht haben den ersten börner den wir gestern gemacht haben das ding richtig schön links rechts gedreht jetzt wir können ja mal eine kleine sequenz davon noch rein machen und eigentlich müsste man eine sperre einmauern weil er ist auf jeden fall aber ihr könnt auf jeden fall noch auf ein auto burnout video freuen wir haben da noch was da noch danke bis zu schauen jetzt geht es weiter so ein psd ist ja abbruch jetzt hier ich würde sagen durch den barren einfach rein mega geil ich lieb die kiste und weiter geht's ciao und dank bis zu schauen die psd haben gedacht wir sollen mal wieder machen die psd haben gedacht wir sollen mal wieder machen Ah, Baris hat es ernst genommen mit einem Knallen lassen hier.